Jetzt gibt's ein kleiner Pixel in den Kopfstöße. Oh, ich blute. Verdammt. Oh, mein Schnurrbart sitzt nicht richtig dran. Oh, ich bin tot. Hey. Okay, die Wandsprung gehen. Paff, und dann rüber. Verdammt. Und... Ab, absuchen, absuchen, absuchen. Aber hier kann nur was sein, oder? Weil da oben kann nichts rauskommen. So. Wie ein Geheimnis entdeckt. Komische Bäumen Hintergrund, die man ja nicht einfach nur... Hä? Ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Äh. Und rein da, verdammt. Drei Goombas. Äh, krieg mich nicht. Was war das? Durchstreifen. Und... Ja, geklappt. Gib mir einen Pils. Gib mir einen Pils. Gib mir einen Pils. Okay, das geht auch. Dö, 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 Superman. Ja, ja, ich bin so schlau und habe sowieso und sowieso überhaupt und ja und... Und... Ohh, stöte ich jetzt. ...ot, stöte ich jetzt. Wenn ich scheduled bin... ... ... Explosionen! 6 Explosionen! Ahhhhhhhhhh... Ist das toll, ist das toll. Dadadada! Lakito und seine Anhänger sind hier und ich weiß nicht was ich machen soll. Dadadadadada! Fick dir, hilf's doch! Du hast verloren... Ach ne doch, ich hab noch ein Leben. Dadadada! Ich verhiel... Dadadadada! Oh, wie du Scheiße! Dadadadadadadada! Ja wir wissen's, wir kenn's, wir kenn's, wir kenn's. Du kannst weggehen... Welt 8.1. Das Level ist voll schwer irgendwie. Dieses 8. Level hier. Dieses hässliche Lakito-Teil. Oh, das ist die Sinsert geleckt. Da hab ich gehört. Und blub. Ich geh in diese Röhrer hinein, denn ich mag dreckige Röhrern. Warte rein, Radl. Njosh. Da, 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 da. Bau. Peng, pang, pung. Da, 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 da. Ich knall euch ab, denn ihr seid nicht scheiße. Ja, das mach ich. Ich mich beeile hin, weil diese... Nein! Ich sag dazu nichts. Ich sag dazu nichts. Ich sag dazu nichts. Ich sag dazu einfach nichts. Nein, das mach ich nicht. Na, 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 na. Ich mag hier einfach über Schluchten und bin fröhlich, dass ich über Schluchten laufen kann. Das ist cool, das könnt ihr nämlich. Das kann nämlich ich nur. Es ist nichts geschehen. Ich habe nichts gesehen. Ich hab weggeguckt. Ja, so spiel ich auch. So ist das Nub, weil ich spiele wie ein Nub. Wenigstens bin ich bis ins 8. Level gekommen. Ohne dass ich einfach mal... Äh, was wollte ich sagen? Ich spiel blöd. Hier sagte ich, keine Risiken. Wow. Und dann habe ich meine Feuerblume verloren. Was war... Das war fatal, mein Tisch. Hier war irgendwo der Stern. Hier. Nein, da. Genau da. Super Megastern, der macht mich unbesiegbar. Was macht mehr Spaß, wenn man einen Stern hat, denn dann kriegt man das ganze Leben. Es ist so schön, wenn man einen Stern hat, denn dann macht die Musik... Wenn man einen echten Leben in den Stern frisst, kommt auch so eine Musik, wollte ich sagen. Aaaaaaah. Gut, wer ein Sprung. Habt ihr das gesehen? So ein Rückmestrautschmaler oder sowas. Oder trotzdem... Guck, wie blökt das aus mit der Faust? Juppa! Juppa! Okay. Diesmal ist es kein Zeitverschwendung hier irgendwie. Da... Na, toll! Und los geht's! Ich warte... Bis diese Kröten alle runterfallen, ja. So, und dann gehe ich hoch. Diese Kröten gefallen mir von mal zu mal besser. Die springen sogar automatisch runter. La 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 Leben, Leben, das brauch ich doch Leben ist toll, oh oh yeah Wir, wir brauchen alle mal ein Leben Das ist klar Ja, wir haben ein Leben bekommen Und dadurch sind wir jetzt immer Wir haben ein Leben bekommen Dadurch sind wir immer Ja, immer sind wir sowieso Denn wir sind toll und so wie und überhaupt Und, ja, 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 und, ja Und, boah, ist die Pflanze Ja, rein da, rein, rein, rein Okay Zum letzten Pixel und Nein Das ist voll die Megaschlucht Was ich gar nicht, wo man sich das schaffen soll Nein, ich wollte nicht warten Was, ich bin Game Over Oh nein Das wird ein endloses Let's Play Endlos und endlos Endlos weiter geht das hier die ganze Zeit Aber es ist noch, es, das kann doch nicht so schwer sein Meine Fresse Malo ist echt nicht verzweifeln Ja, ja, ah, zwei Münzen Ah Ah, ich dachte, es kommt wieder zurück Verdammt, die Goombas Ich nenne sie Goombas Weil sie heißen Goombas und sind Pilze Die nach Scheiße schmecken Darum sind sie auch braun und haben hässliche Ecken Ich wollte, dass sich das reint Ja, Super-Mega-Stern, in dem man isst, wenn man Hunger hat Und darum kriegt es schmeckt wohl nach Karamell Karamell-Stern, ja, ein Karamell-Stern Karamell-Stern schmecken toll Und die machen einen unbesiegbar Weil davon kriegt man den Super-Karries-Bonus Dadurch wird man unbesiegbar Und man schreibt voll vor Schmerzen Ja, ich bin immer besser in diesem Level Ich kann das schon fast auswendig Ich brauche dieses verfickte Leben Ich brauche... Nein, ach, kein Kampf Ich brauche es Ja Nein, boah, so bin ich klein Okay, nicht zum Glück Haha, seht ihr mal, wie gut ich bin Ich kann sogar Kanonenkugeln kaputt machen, wenn ich drauf springe Aber ich sterbe, wenn mich ein kleiner Pilz Berührt Aber Kanonenkugeln kann ich natürlich zerstören Haha Was war das? Wie konnte das passieren? Wie bin ich da reingespollen? Ah, Mario Du hast doch Pizza im Kopf, ey Das war rassistisch Haha, mir ist mir egal Hässliche Kröte Ja, du bist eine hässliche Kröte Fall runter Wieso kommst du rüber? Wieso kommst du rüber? Das kann doch nicht angehen, ey Das kann einfach nicht angehen, ey Das ist... Das ist ein Scheiß Ja, leck mich Ich gehe wieder zurück Ja, wirf deine komischen Missgeburt... Lakitos weg! Oh, schade Nein, du mögst jetzt keinen mehr Stirb! Nein! Game over Adalalalalalalalalalala Ihr könnt ruhig überspringen Ich mach's trotzdem weiter Es ist mir egal, ob es euch nervt oder nicht Es ist mein Let's Play Ich mach's, weil es mir Spaß macht Da, 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 ja, dieses Spiel ist scheiße, ich hasse dieses Spiel so hoch, ab und tief, ja, das ist wahr, dieses Spiel, das macht einen psychisch krank. Man verliert nur und man kriegt kein Glücksgefühl und dann ein Mal gewinnt man und dann ist dein Selbstvertrauen wieder um. Doch dann wird das Spiel so saunfair, dass man einfach nur verlieren kann und dann wird dein Selbstvertrauen einfach schlecht. Du kriegst kein Selbstvertrauen mehr und du liegst am Boden, malst die komischen Kreise ins Wasser, eh, warum eigentlich Wasser? Keine Ahnung, ja, das ist das Leben, wenn man dieses Spiel hier spielt, sollte man sich herlaufen können und auch sehr gut springen können und auch diese Musikauszeige können und diese Piranhas, Piranhas, können und diese Himmelkumbas töten sollen und dann bringen und sowieso überhaupt und blöder und besser singen als ich, wollte schon sagen. Ja, das muss man können, ich kann nicht singen, ist mir egal, ich muss einfach machen das singen, denn ich habe keine andere Wahl, es ist einfach so ein Oh-Oh-Oh-Oh-Oh. Ja, das wird 8-2-1. Fick dich doch, na 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 na, komm du andere Kröte, fang runter, fang runter.